Musik Wenn in der Murkerke Straße 13b wieder die Inseln an Ballonen schweben, war der norddeutsche Surrealist Christian Carsten Jahns mal wieder am Werke. Der Film wurde aufgenommen im Rahmen der offenen Ateliers, eine Veranstaltung der Gemeinschaft Lübecker Künstler. Alle, die mich mal im Atelier besuchen wollen, können das jederzeit tun, und der Film nicht geöffnet ist, wenn ich da bin. Musik 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 Musik